Nihat kam nach einer traumatischen dreimonatigen Flucht nach Deutschland. Seine Heimatuniversität war beschossen worden, ein Bleiben war unmöglich. Sein Ziel war Deutschland und es war sein Traum, an einer deutschen Universität das Studium fortzusetzen. Sein Aufenthaltsgebiet wurde Franken, die nächste Universität, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Aber wie kommt man da hinein? Es gibt in der Region Tausende, denen es so geht wie Nihat. Darum haben wir eine App entwickelt, die Flüchtlingen den Weg in die FAU weist. Zunächst lernt Nihat Deutschland näher kennen. Wie ticken die Deutschen? Entspricht das Stereotypen oder eigenen Erwartungen? Auf welchen Prinzipien beruht der deutsche Staat? Wie ist Deutschland geografisch gegliedert? Wirtschaft und Verkehr sind ebenso Thema wie Kultur und Sprache. Schließlich der entscheidende Teil. Wie bewerbe ich mich erfolgreich und ergattere einen Studienplatz an der FAU oder zumindest einen Schnupperplatz? Die Lerneinheiten beinhalten viele weitere didaktische Elemente wie Interessentest, Tests zur Selbsteinstufung, etwa 30 Videos und Brückenkurse zum Sprachenlernen und zur Studienorganisation. Verantwortlich für die App ist das Institut für Lerninnovation an der Universität Erlangen-Nürnberg. Es beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Frage der Nutzung digitaler Technologien für das lebenslange Lernen und betreut die Lernplattform der Universität. Dies war viel Neues. Aber Nihat ist seinem Ziel ein großes Stück näher gekommen. Seine Zeugnisse sind anerkannt und wenn er nun noch den Deutschkurs erfolgreich abschließt, steht ihm der Zugang zur FAU offen.